Untertitelung des ZDF, 2020 gegen Franco und noch später wurde er als Jude, den Deutschen ausgeliefert, nach Auschwitz deportiert. Er überlebte die Todeslager Auschwitz und Buchenwald, hätte heute eigentlich zum Gedenken dieses Befreiungstages vor 60 Jahren mit dem Bundespräsidenten in Auschwitz sein sollen, sagt er aus persönlichen Gründen ab und ist heute hier, worüber wir uns sehr freuen. Der Ehrenpräsident des Auschwitz-Komitees, Kurt Julius Goldstein. Guten Tag, Herr Goldstein. Schönen guten Tag. Sind Sie froh, dass Sie nicht gefahren sind oder fällt es Ihnen schwer, an so einem Tag dann nicht bei dieser Gedenkfeier zu sein? Es fällt mir schwer, an diesem Tag nicht bei dieser Gedenkfeier zu sein, aber ich wollte aus zwei Gründen nicht hinfahren. Erstens war es mir zu schwer. Ich kannte das Programm und Sie wissen ja, ich bin 90 Jahre alt, bin nicht mehr der Jüngste und es war mir zu schwer. Und dann kam etwas Zweites dazu. Wir waren doch vorige Woche in New York und haben in der UNO die zweite Ausstellung über Auschwitz eröffnet. Da war meine liebe Frau mit. Und sie hat sich von New York eine Lungenentzündung mitgebracht und liegt im UKB mit der Lungenentzündung. Und wir sind also seit Pfingsten, seit 55 Jahren ein Pärchen und wenn sie im Krankenhaus ist, kann ich nicht das Land verlassen, muss ich hier sein. Sie waren aber bei solchen Gedenkfeiern einmal in Auschwitz. Sie haben mir gerade erzählt, 1995. 55 zum 50. Jahrestag, 1995 war ich da und wir hatten 1995, wie das auch jetzt wieder ist, Staatsoberhäupter und Nobelpreisträger eingeladen. Und unser damaliger Präsident, Herr Herzog, ist mit uns über die Wege in Auschwitz gegangen und hat von uns dort gehört, dass wir jetzt über die Reste von in den Krematorien verbrannten Menschen laufen. Und als ich ein paar Wochen später von Herrn Herzog hörte, dass er vorschlug, den 27. Januar zum Gedenktag für alle Opfer des Hitlerfaschismus zu machen, habe ich mir gedacht, der hat doch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in den verschiedenen Funktionen, in denen er war, vieles über Auschwitz schon gewusst. Aber als er dann von uns dort gehört hat, dass er dort über die Reste von Menschen läuft und als er mit uns vor den Krematorien gestanden hat, da ist ihm, glaube ich, beim Nachdenken die Idee gekommen, dass Deutschland diesen Gedenktag braucht. Und er hat ja sich in seinen Kreisen bei dem damaligen Bundeskanzler Herrn Kohl nicht viel Freude damit gemacht. Aber es ist ein richtiger, wichtiger Vorschlag gewesen. Und ich würde mir wünschen, dass ein Vorschlag, den ich vor ein paar Jahren als unser Bundeskanzler zum Aufstand der Anständigen aufgerufen hat und zwei Herren damit beauftragt hat, das in die Wege zu leiten, Da habe ich den Vorschlag gemacht, dass man in jedem Land in einer Schule im Vorfeld des 27. Januar ein Zeitzeugengespräch machen soll, das über die Medien in das ganze Land trägt, möglichst immer einen Zeitzeugen, der aus dem Gebiet stammt. Und um damit also Wissen in die jungen Generationen zu bringen über das, was da war, Leider ist dieser Vorschlag bis jetzt noch realisiert. Ich wiederhole ihn jetzt und sage, unsere besten Pädagogen sollten sich daran machen. Und wenn morgen von uns, ich habe damals Ihnen vorgeschlagen und habe mich bereit erklärt, die Zeitzeugen zu besorgen. Wir sind morgen nicht mehr da. Aber es gibt dank Spielberg tausende Filme, Aufnahmen und da könnte man das in den Schulen machen. Wie schwer fällt es Ihnen, über die Zeit in Auschwitz zu reden? Sie sind 42 deportiert worden nach Auschwitz. Sie waren vorher interniert bei den Franzosen. Wie schwer fällt es, an diese Jahre noch mal ranzugehen in der Erinnerung, die Sie dort verbracht haben? Es ist schwer. Ich ringe mir, ich ringe mir jede Woche fast ab, zu jungen Menschen zu gehen, ein Zeitzeugengespräch zu machen. Ich bezahle das immer mit nächtlichen Träumen über das, was man in Auschwitz fast jeden Tag ansehen musste. Ich war ja in einem Bergbaulager. Also nicht im großen Lager Birkenau, sondern in, wie kamen Sie da hin, in dieses Bergbaulager? Wir kamen, ich wurde also, Sie haben das schon gesagt, in Frankreich, von Frankreich aus verschleppt. Und wir waren eine Gruppe von fünf Deutschen, einem polnischen und einem litauischen Interbrigadisten. Und wir kamen nach Birkenau. Und am zweiten Tag kommt in Birkenau einer in der Kluft der Lageraristokratie auf mich zu. Ich wollte, da hatte man uns gesagt, als wir angekommen sind, wer nicht spurt, wird sofort vergaßt. Wer sich von seiner Baracke entfernt, wird sofort vergaßt. Als sie das bei der Ankunft und sagten, wusste ich noch nicht, was das ist, das Vergasen. Ein paar Stunden später, als ich dann im Lager war, da wusste ich das und das wollte ich nicht. Und da ging ich in die Baracke, der kommt hinter mir her und sagt, Julio, erkennst du mich denn nicht? Das war ein Interbrigadist. Ich habe ihn nicht erkannt und dann sagt er mir... Das war in einer kommunistisch aktiven Zeit von vorher. Ja, ein Kamerad aus Wattenscheid, Karl Sutter aus Wattenscheid, der mich erkannte und zufällig gesehen hat. Und dann sagt, Julio, du musst hier raus. Dann sage ich ihm, kannst du mir sagen, wie ich hier rauskomme? Dann sagt er, ja, morgen früh beim Appell wird aufgerufen, Grubenkommando Javischowicz. Stell dich dazu, was dich da erwartet, weiß ich nicht, aber du bist erstmal hier von den Gaskammern weg. Sag ich ihm, ich bin nicht allein, wir sind also Deutsche und die zwei Ausländischen Kameraden, sagt er, sag allen Bescheid, aber stellt euch in die Mitte, da gehen bestimmt mehr als die 250 hin, die dort vorgesehen sind. Dann haut die SS hinten oder vorne, rechts oder links das weg, was zu viel ist. Also stellt euch in die Mitte. Das haben wir gemacht. Wir sind an dem Tag von Birkenau nach Javischowicz marschiert. Das ist also 10, 12 Kilometer von da weg. Das war ein neues Lager. Es gab ein Abkommen zwischen Hitler-Deutschland und Mussolinis Italien, dass die Italiener Arbeiter für den Bergbau liefern. Das haben sie nicht gemacht. Dann haben die Nazis es auch versucht, mit Judenkohle zu fördern. Und wir waren die Ersten, mit denen sie es versucht haben. Wir sind dort angekommen. Dann mussten wir auf dem Appellplatz nackt antreten. In Fünferreihen vorne stand der Lagerführer, der SS-Führer Kowol, sein Stellvertreter Marcelli. Daneben der Gestapo Mandraschner, und das waren Oberschlesier. Daneben der Grubendirektor Heine, der Grubenbetriebsführer Borgstedt und der Fahrsteiger Frost. Und als die den Mund aufmachten, hörte ich, das sind Landsleute, Ruhrgebiet. Und dann musste ein Häftling nach dem anderen vortreten. Und dann fragte ihn der Lagerführer, der duzte natürlich jeden, ob das ein Akademiker oder was. Der SS-Herr darf doch uns Juden duzen. Was bist du von Beruf? Und dann sagte der erste Schuster, der war nicht Schuster, du bist Schuhjude gewesen, hast den Leuten beschissene Schuhe für teures Geld verkauft, weg. Der Schneider war nicht Schneider, der war Konfektionsjude, der hatte den Leuten beschissene Konfektionen verkauft. Der Tischler, der war nicht Tischler, der war Möbeljude, der hatte den Leuten auf Abzahlung Möbel verkauft. Und wenn sie mal den Markt nicht bezahlen konnten, ihnen die Möbel wieder weggenommen, weg. Was waren Sie? Fing ich an zu überlegen, was mache ich? Ich hatte doch gerade Abitur gemacht. Ich wusste, dass die Nazis mit der jüdischen Intelligenz besonders wenig am Hut hatten. Und dann erinnerte ich mich, ich bin ja der Leiter des Kommunistischen Jugendverbandes in meinem Heimatgebiet gewesen, bin öfter in eine Grube dort eingefahren, um zu wissen, wie meine Jugendgenossen in der Untertage leben. Ich kannte also die Grube von Untertage. Dann fiel mir was Zweites ein. Bei uns im Ruhrgebiet heißt der Bergmann Püttmann. Wir haben ja mal den Napoleon gehabt. Von daher ist der Brunnenlepü, das ist also die Grube. Und der Mann, der dort arbeitet, ist der Püttmann. Das verstehen die Oberschlesier nicht. Also sagte ich mir, wenn der mich nach dem Beruf fragt, sage ich Püttmann. Dann kann er ja nicht sagen, ich habe mit Pütz gehandelt oder irgendwas. Dann wird Schweigen sein und dann werden die Grubenleute mit mir reden. Dann werde ich mit denen reden. Und so war es? Und so war es. Also ich trete vor. Was bist du von Beruf? Püttmann. Schweigen im Wald. 10, 15, 20 Sekunden. Dann fragt der Grubendirektor, wo hast du gearbeitet? Und das hatte ich mir überlegt. Zeche de Wendel, Schacht Franz und Schacht Robert, vor Stein und vor Kohle. Als was? Der Facharbeiter heißt Hauer, der Hilfsarbeiter heißt Schlepper. Natürlich wollte ich mich nicht zum Facharbeiter machen, als Schlepper. Als das Gespräch zwischen dem Grubendirektor Hain und mir gewesen ist, dreht sich der Grubendirektor zum Lagerführer, der erste Facharbeiter. Und nun hat doch der Chef des Ganzen wieder was zu sagen. Er dreht sich zum Lager-Elstin, der dann ein paar Schritte daneben steht. Mann kriegt doppelt einen Schlagessen. Dafür, dass ich sie angeschwindelt habe, kriege ich doppelt einen Schlagessen. Das war ein Überlebensstein. Das war der Anfang, der damit endete, zu einer Karriere, die damit endete, dass ich der Kapo der Nachtschicht Javischowicz wurde. Gab es viele Kapos? In diesem Lager doch keine jüdischen Kapos, wenn ich das richtig weiß. Ich war der einzige jüdische Kapo in Javischowicz. Konnten Sie diese Position denn auch nutzen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden, der politisch einen Kopf hatte wie Sie, nicht leicht war zu sagen, ich werde das jetzt. Weil man wusste ja, dass auch Kapos natürlich in dieser Position missbräuchlich und missbraucht wurden. Und die, die es nicht waren, wurden jedenfalls dahin getrieben, es zu sein, weil die Position das gab. Konnten Sie in dieser Position anders agieren? Konnten Sie zum Beispiel Sabotage betreiben? Meinem Kommando in der Nachtschicht Javischowicz durfte kein Häftling geschlagen werden. SS-Leuten konnte ich das nicht verbieten. Aber andere Häftlinge, Blockälte, Kapos, die im Lager waren, in der Nachtschicht Javischowicz hatten sie keinen Juden anzurühren. Oder, ich habe sowas im Gedächtnis, als wir das erste Mal zusammen kamen, eine Reihe Auschwitz-Überlebender und der Gedanke kam, das internationale Auschwitz-Komitee zu bilden. Da waren dort zwei Kameraden, beide stammten aus Polen, aber der eine lebte in Frankreich und der andere war noch aus Polen. Und sie kamen an mich ran und sagten, du Kurt, es tut uns ganz leid um dich, aber Deutscher im Auschwitz-Komitee ist nicht. Und da stand ein anderer Kamerad neben und sagte, ihr müsst doch nicht richtig ticken, wenn der nicht gewesen wäre in Javischowicz, lebten wir alle nicht. Und das ist die lautere Wahrheit. Ich habe meine Position ausgenutzt, um möglichst vielen Kameraden zu helfen. So schwer das war, das war natürlich ein, es war schrecklich dort. Ich sage Ihnen, wer dorthin kam und nichts zu essen zusätzlich sich irgendwie beschaffen konnte, der war nach längstens drei Monaten, meistens nach sechs bis acht Wochen bei der Selektion fällig. In den 30 Monaten, die wir in Javischowicz waren, sind 30.000 Männer als Neue durch das Tor gekommen und mit dem alle acht bis zehn Tage war Selektion. Dann wurden die armen Kameraden, die also den Mann ansah, dass sie für die Grubenarbeit nicht mehr tauchten, wie ein Stück Vieh auf den Lastwagen geworfen und zum Vergasen nach Birkenau gebracht. Und wenn sie mich eben gefragt haben, ob es mir schwerfällt, ja, wenn ich dorthin komme und auch wenn ich darüber spreche, dann fällt es mir schwer und manchmal trauere ich dann auch um sie. Und wenn man trauert, weint man. Das ist so. Es kommt immer noch vor, dass ich nachts wach werde und schreie und dann weckt mich meine liebe Frau. Und dann habe ich von Auschwitz geträumt. Dieses Land beschäftigt sich in diesen Tagen in irgendeiner Form natürlich mit der Vergangenheit. Sie sind ja nicht in Auschwitz gewesen am Tag der Befreiung, sondern mussten diesen Todesmarsch antreten nach Buchenwald. Ich glaube von 3.000, die losgegangen sind, haben... Nicht ganz 500. 500 nicht ganz überlebt, darunter eben Sie. Es gibt eine Schilderung von Ihnen, die sagt, dass direkt, also schon relativ kurz nach der Befreiung dann Buchenwald, ich glaube die selber auch noch stattgefunden hat, weil die Amerikaner kamen nicht, irgendetwas in der Art, jedenfalls schon Bürger aus Weimar durch das Lager gebracht wurden, um sich anzusehen, was dort passierte. Wie ging es Ihnen damit? Haben Sie gedacht, das ist ein gutes Zeichen, dass die Deutschen an dieses schwarze Kapitel, an diese Gräuel hinangehen, auch mit dem Ziel, daraus etwas zu lernen? Sie wissen doch, ich bin in der DDR im Rundfunk gewesen. Sie waren Intendant der Stimme der DDR. Intendant Deutschlands Senders und dann Stimme der DDR. Da hat es eine Mitarbeiterin gegeben, die als junges Mädel mit ihrer Mutter bei diesem Marsch der Weimarer Bürger durch Buchenwald dabei gewesen ist. Und sie hat mir gesagt, dass das bei den meisten Weimaranern, die dort durchmarschieren mussten, eine positive Auswirkung, dass die zum ersten Mal dort zur Kenntnis nehmen mussten, was dort oben im Lager war. Da lagen ja noch die Leichenberge, lagen da ja noch, als die dort oben. Liegt es daran, dass man dieses nicht mehr fassbar sehen kann, dass im Sächsischen Landtag die NPD wieder sitzt? Oder woran liegt das Ihrer Meinung nach? Wir haben doch 1945 in Ost und West die Menschen übernommen, die 1933 die Nazis an die Macht gebracht haben, die die ganzen zwölf Jahre bei den Nazis mitgemacht haben. Ich rede nur von denen. Es hat in Deutschland immer Menschen aus den politischen Bereichen, aus beiden Kirchen gegeben, die nicht mit den Nazis waren. Es hat katholische Bauern im Münsterland gegeben, die Juden versteckt haben und die wussten, wenn sie erwischt werden, dann kostet das die ganze Familie. Also es hat solche prachtvollen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gegeben. Aber es hat eben auch leider viel mehr gegeben, die mitgemacht haben. Und die haben sie im Osten, die haben wir im Osten nach 1945 genauso gehabt wie im Westen. Wir haben uns, ich habe auch von 1945 bis 1946 erst hier im Osten gelebt und nach 1950 wieder. Wir haben von Anfang an mit den Nazis abgerechnet. Bei uns ist kein Blutrichter in der Justiz geblieben. Bei uns ist kein Nazi-Bürgermeister, Bürgermeister geblieben. Im Osten. Das ist im Westen alles gewesen. Aber, 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 die Reste sind da. Und zu zwei Dingen muss ich ein Wort sagen. Erstens, der Antisemitismus ist etwas, das ganz, ganz tief in vielen Bürgern unseres Landes ist. Dazu muss man einfach sich mal daran erinnern, dass die Kinder, die Mädels und Jungs, wenn sie zur Kommunion kamen, durch die Jahrtausende, durch zwei Jahrtausende gehört haben, die Juden haben, die Juden haben unseren Herrn Jesus ermordet. Erst der Johannes der 23. hat vor 50 Jahren mit diesem, den Anfang gemacht, damit aufzuräumen. Aber, was durch Jahrhunderte den Menschen gesagt worden ist, Katholen und Evangelen, das ist... Dann sind die NPD-Abgeordneten nicht unbedingt welche mit kirchlichem Hintergrund. Was ist der zweite Grund? Sie sagen erstens der Antisemitismus, zweitens... Die DDR-Bürger, die sind aufgewachsen, dann kriegten sie vom Staat also die erste Unterstützung, dann kamen sie in die Kinderkrippe, dann kamen sie in den Kindergarten, dann kamen sie zur Schule, hatten einen Lehrplatz, haben nie was von Arbeitslosigkeit erlebt. Und haben jetzt den größeren Schock, glauben Sie. Und das war für Männer und Frauen so. Und jetzt sitzen die und leben morgen von ALG II. Das ist doch schrecklich. Ich würde gerne die Frage daran anschließen, die ich jetzt stelle, aber die wir jetzt im Moment gerade nicht mehr lösen können. Aber es würde mich bei Ihnen schon interessieren, ob Sie dann in dieser Situation dafür wären, die NPD zu verbieten. Wir kommen nach einer ganz kurzen Pause wieder und dann bin ich sehr gespannt auf die Antwort. Bleiben Sie bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein Auschwitz überlebender politischer Kopf eigentlich seit Beginn an. Ein wie Sie muss man das fragen, wenn der Bundespräsident jetzt dann im Februar, am 2. Februar in der Knesset redet und in Israel die Diskussion darüber anhebt, ob er es auf Deutsch tun darf oder nicht. Was würden Sie sagen? Dann würde ich sagen, natürlich muss der deutsche Bundespräsident auch in Israel auf Deutsch reden. Und das Deutschland, in dem wir heute leben, ist nicht mehr das Deutschland der Nazi-Zeit. Und das Deutschland hat Israel viele Milliarden gegeben, um so auszusehen, wie es jetzt aussieht. Und das hat Israel gut getan. Und das sollten auch die Israelis, welcher Couleur auch, zur Kenntnis nehmen. Und wir sind in Deutschland wieder, nicht wenige Juden und es werden noch mehr werden. Und das, was die Nazis versucht haben auszubrennen, diese Gemeinsamkeit von Deutschen, Nicht-Juden und Juden. Durch Jahrtausende, wissen Sie, die ersten Juden sind mit den Römern nach Deutschland gekommen. Und einer unserer deutschen Minnesänger ist ein Jude gewesen. Und durch zwei Jahrtausende haben die Juden, das weiß doch, wer nicht so dumm ist wie manche Nazis, das weiß doch, dass die Juden einen nicht kleinen Beitrag zu unserer deutschen Kultur geliefert haben, oder zu unserer deutschen Wissenschaft. Und ich hoffe, dass in den kommenden Jahrzehnten die Menschen jüdischen Glaubens, die hier in Deutschland leben, wieder einen solchen Beitrag für unser deutsches Kultur- und Wirtschafts- und Wissenschaftsleben liefern können. Und das müssen die in Israel auch zur Kenntnis nehmen. Sie kennen Israel, beziehungsweise Sie kennen Palästina, weil Sie 1935 dort waren. Wieso sind Sie nicht dort geblieben? Weil ein Teil der Familie ist ja emigriert, dann nach Palästina. Warum sind Sie nicht geblieben? Ich bin Deutscher. Ich liebe dieses Land. Ich liebe diese Sprache. Das ist meine Kultur. Wissen Sie, als ich fünf Jahre wurde, hat meine Mutter mich an das Bett meines schwerverletzten Vaters an der Hand genommen. Und dann hat Vater gesagt, Jule, jetzt kommst du bald zur Schule. Jetzt musst du lesen und schreiben lernen. Willst du nicht mal jeden Tag, jetzt eine Stunde an Vaters Bett kommen und wir lernen dann zusammen? Dann habe ich an Vaters Bett lesen und schreiben gelernt. Und dann, als ich die Anfänge konnte, schickte Vater mich an seinen Bücherschrank, beschrieb mir genau, wo welches Buch steht. Und dann haben wir zusammen Gedichte. Goethe, Schiller, Heine, Uhland, Eichendorf gelesen. Als Fünfjähriger bereits. Als Fünfjähriger haben wir damit angefangen. Und als, wenn das Gedicht dann gelesen war, dann sagte Vater, und was will der Dichter uns damit sagen? Und dann habe ich gelernt, den Inhalt zu erfassen. Und wenn das geschehen war, dann sagte Vater, willst du jetzt nicht mal das Gedicht aufsagen? Und dann sagt er, lies es nochmal. Und dann habe ich es noch ein, zweimal gelesen. Und dann habe ich die Gedichte aufgesagt. Und viele von denen, können Sie mich jetzt abfragen, weiß ich heute noch. Und meine Liebe zum Buch, die mich mein ganzes Leben seit da begleitet hat, die ist in diesen Stunden an Vaters Bett geboren. Er ist an einer Verletzung, an den Folgen einer Verletzung, aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, verstorben, als Sie fünf Jahre alt waren. Aber war, also das, ich kann mir vorstellen, die Liebe zum Buch ist das eine, diese politische Grundmotiv, das Sie ja bis heute auch nicht verlassen hat. Also der Aktivist in Ihnen ist ja damals auch geboren, auch aus dem Pazifismus heraus, aus dieser Melange. Ja, es gibt zwei Dinge, die da geboren sind. Das eine war also das Pazifistische. Und das andere war, meine Eltern hatten ja ein Kaufhaus in Scharnhorst. Und da gab es eine Bergarbeiterfamilie, die hatte fünf Töchter. Und alle fünf Töchter sind bei Goldsteins gewesen, entweder im Geschäft oder im Haushalt. Die Haushälterin war eine Tochter, mein Kindermädchen war eine Tochter. Und wenn die mit mir spazieren gingen, dann fragte sie immer, wo gehen wir hin? Zu uns? Und da ging ich gerne hin. Da gab es die Kaninchen im Stall, da gab es die Viechen im Stall. Da war der Opa, der ab und zu aus der Grube ein Hasenbrot mitbrachte. Die jüngste Tochter und ich, die teilten sich das, das Schmalzbrot aus der Grube, das schmeckte besonders gut. Und dann gab es dort vor allem den einzigen Sohn, der war im Arbeitersportverein, der balchte mit mir und der nahm mich ab und zu mal mit zum Arbeitersportverein. Da wurden dann Pyramiden gemacht und dann durfte ich kleiner, drei Käse hoch, mit zittertem Knie oben als Oberster auf der Pyramide stehen. Und bei der Familie, die sind auch in meinem Gedächtnis, die hießen Männegel, aber bei mir ist das Mama und Papa Unz gewesen. Von aus dem Gehen, was zu uns ist, bei mir bei dem Unz geworden. Und bald, bald fing ich an zu, ich habe ja bei denen oft gegessen, da gab es die billigste Leberwurst oder Blutwurst. Und wenn es am Sonntag Fleisch gab, dann kriegte Papa Unz und Paul, der Sohn, ein etwas größeres Stück. Und die Frauen kriegten kleine Stücke. Und dann fing ich an zu überlegen, warum ist dort in diesem Haushalt, wo Papa und der Sohn so schwer arbeiten in der Grube, Schmalhands Küchenmeister und bei uns ist alles da. Ich wollte, dass die genauso gut leben wie die wohlhabenden Goldsteins und ihre ganze Sippe. Da wurde der Kommunist in Ihnen geboren. Und da ist der Kommunist, der Sozialist geboren worden, der dann, der dann, dank der Tatsache, dass als wir 1928, ich bin ja 1928, zunächst in die sozialistische Arbeiterjugend, in die SAJ eingetreten, die Sozialdemokratische Jugendorganisation, mit der habe ich 28 Wahlkampf für die SPD geführt, gegen den Bau von Panzerkreuzer A und B. Und was machte Hermann Müller-Franken, der Sozialdemokrat, der Reichskanzler wurde, als erstes? Er baute ihn. Er baute Panzerkreuzer A und B. Ich war politisch völlig unerfahren, 14 Jahre, knapp 14 Jahre. Aber ich verstand die Welt nicht mehr. Man kann doch nicht Wahlkampf führen gegen Panzerkreuzer A und B und dann baut man ihn. Und dann gehe ich einen Tag in meiner Heimatstadt Hamm spazieren, höre ich von weitem Charmeienmusik und es kommt eine Demonstration. Und ein großes Transparent. Gegen Panzerkreuzer für Kinderspeisung. Ihr Programm. Mein Programm. Ich gehe auf der Straße, auf dem Bürgersteig neben der Demonstration bis zum Markt. Da stellen Sie einen Tisch hin, da springt einer rauf, ein großer, langer Kerl, ja. Und er hält eine Rede. Jedes Wort war mir aus dem Herzen gesprochen. Und das war? Das war die KPD. Dann habe ich noch eine gute Woche gebraucht, bis ich mich damit abgefunden habe, du gehst mal zu den Kommunisten und fragst sie, ob das alles so ernst gemeint ist oder ob es mir da so geht wie mit den Sozialdemokraten. Und Sie meinten es ernst. Dann komme ich zu den Kommunisten und wer sitzt an dem Schreibtisch, zu dem ich komme? Der Lange, der dort auf dem Markt gesprochen hat. Der hieß Max Reimann. An dem Tag ist gewissermaßen eine Freundschaft zwischen dem Max Reimann und mir geboren. Und die hat bis zu seinem Tod gedauert. Sie haben mal vor kurzem gesagt, weil Sie eben auch in dieser Funktion auch im Auschwitz-Komitee doch auch eine gewisse politische Öffentlichkeit haben. Sie haben jetzt gerade gesprochen, also bei dieser Gedenkfeier zum 60. Befreiung Auschwitz. Sie haben in einem der Interviews gesagt, dass Sie bis heute im Prinzip politisch aktiv sind, als Mitglied der PDS wahrscheinlich weniger, aber in diesem Kampf gegen den Faschismus. Das waren Ihre Worte. Müssen Sie als Kämpfer gegen den Faschismus für ein NPD-Verbot sein oder dagegen? Das ist nicht so einfach. Das ist klar. Solche eine Partei wie die NPD hat in Deutschland nach den zwölf Jahren Hitler-Faschismus keinen Platz. Aber sie ist da. Aber sie ist da. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein oberstes Gericht, ein Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat den Neonazis erlaubt, zu Ehren von Herrn Hess zu demonstrieren, weil angeblich das Demonstrationsfreiheitsrecht so hochwertig ist, dass man auch für Herrn Hess den Hitler-Stellvertreter demonstriert hat. Nicht genug damit. Kaum haben die für Herrn Hess demonstriert. Da verlangen sie gegen den Bau einer Synagoge in Bochum, die 1938 abgefackelt worden ist und die jetzt auf Beschluss des Stadtparlaments wieder aufgebaut werden soll, dagegen zu demonstrieren. Und das Bundesverfassungsgericht erlaubt diese Demonstration. Und da sage ich, ich habe dafür nur eine Erklärung. Leider ist 1945 in der Bundesrepublik das ganze Gesindel, das Zehntausende Menschen durch Todesurteile auf dem Gewissen hat, ist übernommen worden in der Justiz. Kein Richter, kein Blutrichter aus der Hitlerzeit ist aus der Justiz ausgeschieden worden. Und die haben in den Jahrzehnten danach eine neue Generation von Juristen heranentwickelt. Die sitzen da jetzt in Karlsruhe. Also Sie halten die für politisch motiviert, diese Urteile? Die sind politisch motiviert aus ihrer Vergangenheit und die wollen die NPD nicht verbieten. Unser Innenminister hat ja gesagt, die Hürde ist so hochgelegt. Ja, also im Grunde genommen für mich hat eine solche Nazi-Partei in Deutschland nach dem, was sie uns angetan haben, uns, nicht den Juden, uns Deutschen, ob Jud, ob Christ, hat keine Berechtigung in Deutschland. Ja, aber wenn Sie demonstrieren dürfen, also an dem Demonstrationsrecht wird jetzt offensichtlich gearbeitet. Es gibt eine Initiative von Chile, bestimmte Versammlungsorte jedenfalls als eine Tabuzone zu erklären. Das betrifft aber nicht das Verbot. Aber die Mehrheit der Deutschen, meine ich, hat aus den zwölf Jahren Nazizeit gelernt. Wir müssen, wir müssen, wir müssten eine richtige Auseinandersetzung führen und wir müssten in den Schulen anfangen, unsere jungen Menschen zu humanistischem Denken und Handeln, zu Toleranz erziehen. Und da fängt das an. Und dann hat eine solche Nazi-Partei auch nicht eine solche Basis, wie sie jetzt hat. Wir müssen auch, wir müssen auch aufhören, den Leuten zu erzählen, dass das Unglück, dass wir mehr als vier Millionen Arbeitslosen haben, ein falsch organisierter Arbeitsmarkt ist. Sondern wir müssen immer wieder Klarheit darüber schaffen, dass wir eine kapitalistische Krise haben und dass wir also an diesen Grunddingen etwas ändern müssen. Zurück zu diesem Argument. Es gibt also die, die, des Widerstandes oder der Lehren aus dem, aus der Nazizeit. Also jemand, der sehr häufig behauptet oder auch danach handelt, Lehren gezogen zu haben, ist Joschka Fischer. Er hat es sogar einmal richtig gesagt und zwar 1999 in Begründung für den Kosovo-Einsatz. Er sagte, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Das wiederum ging Ihnen zu weit. Sie haben eine ganz große Zeitungsanzeige dann geschaltet und haben widersprochen. Wieso nicht dieses Argument, also das Menschenrechtsargument des Schutzes einer Minderheit, das Fischer damals ansprach, verwenden, um dann einzuschreiten gegen ein Unrecht? Und weil das Verhältnis nicht stimmt. Schauen Sie, in Auschwitz anderthalb Millionen Menschen, in Auschwitz sechs Millionen Juden Opfer dieses, eine halbe Million Sinti und Roma und damit nicht genug. Der erste Massenmord der Nazis war nicht an Juden und war nicht an Sinti und Roma, sondern ist an deutschen Landsleuten, bedauernswerten, geistig und körperlich Behinderten. Das war der erste Massenmord. Und da sage ich, das, was die Nazis waren, steht in überhaupt keinem Verhältnis zu dem, wo es darum ging. Und das, was Joschka Fischer damals gemacht hat, ist so ähnlich wie das, was der neue, gerade gekürte Generalsekretär der CDU, Herr Kauder, jetzt gerade mit der Bemerkung angestellt hat, dass er das Antidiskriminierungsgesetz, den Entwurf des Antidiskriminierungsgesetzes mit angeblichen DDR-Gesetzen und der Nazi, den Nazi-Verbrechen in einen Topf tut. Das ist doch geradezu die Nazi-Verbrechen zu entschuldigen, wenn man das... Sie meint, der Vergleich ist so falsch, dass man ihn gar nicht macht. Ja, der Vergleich ist so falsch, dass es die Verniedlichung der Nazi-Verbrechen ist. Und wenn das der Generalsekretär der einen von den zwei großen Parteien, die wir in Deutschland haben, tut, dann sage ich Ihnen, das macht mir auch zu denken. Holocaust als Wort, Nazi als Begründung für eigene Handlungen wird tatsächlich häufig in der Auseinandersetzung innerhalb Israels verwendet. Also wenn man dem politischen Streit manchmal zuhört, dann gibt es manchmal diese Vergleiche. Sie sind ein Kritiker Ariel Scharons, der seine Politik aber auch damit begründet, dass er sagt, nie wieder wollen wir wehrlos sein und damit den starken militärischen Charakter auch seiner Regierung begründet. Verstehen Sie das Argument nicht oder ist das nicht ausreichend, um so zu handeln? Die Palästinenser sind immer in diesem Land gewesen. Wir Juden sind in alle Welt gezogen. Die Palästinenser sind dort geblieben. Um das als erstes mal zu sagen. Dann hat es 1948 einen UNO-Beschluss gegeben. Da haben die Israelis, die Juden, ihr Land bekommen. Es gab eine ordentliche Grenze und es gab ein Territorium für die Palästinenser. Und man möge doch bitte sich auf die UNO-Beschlüsse stützen. Ich kenne kein Land, das so viel gegen so viele UNO-Beschlüsse verstoßen hat wie Israel. Ich muss hier auch sagen, damit bin ich sicherlich ganz weg von unserer offiziellen deutschen Politik. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum Israel Atomwaffen haben darf. Diese schrecklichen Dinger. Als wir in den besten Blütenträumen über Frieden waren 1945, da fielen dort in Hiroshima und Nagasaki die zwei Atomwaffen. Seitdem wissen wir, Einstein wusste das vorher, was die anstellen. Wir Dummen wussten das nicht. Aber seitdem wissen wir es. Und jetzt sagen Sie mir, warum, ich bin für Sicherheit für Israel. Der Staat, der ist aufgrund eines UNO-Beschlusses. Ich bin nie ein Zionist gewesen. Ich bin immer gegen den Zionismus gewesen. Aber Israel ist aufgrund eines UNO-Beschlusses entstanden. Und das hat dort seine Rechte und es hat seine Grenzen. Aber es soll bitte in seinen Grenzen bleiben. Und es soll nicht versuchen, alle Länder, in denen mal Juden waren, angefangen haben sie ja in Mesopotamien. Ich habe mal in einem katholischen, es führt zu weit. Ja, leider. Sie sollen nicht versuchen, alle Länder, die... Alle Länder sollen in ihren Grenzen sein, so wie Israel. Und das Recht hat Israel auf seine Grenzen. Aber sie sollen auch den Palästinensern ihr Land lassen und sollen mit ihnen in Frieden leben. Das sind unsere Väter. Sie sollen daran denken, dass einer unserer Stammsväter, Jakob, als er ans Sterben ging, seinen Söhnen gesagt hat, geht unsere Vettern holen, nämlich die Palästinenser, und an meinem Grab sollt ihr euch versöhnen. Das haben sie damals nicht getan. Vor ein paar Jahren haben einmal, als so ein Superreliöser den israelischen Ministerpräsidenten, ich komme jetzt nicht auf den Namen, erschossen hat... Rabin. Rabin. Aber vielleicht wird es jetzt. Aber mit Sharon und seinen Plänen ein Groß-Israel zu machen, wird es vielleicht weniger. Wir sind leider am Ende dieser Sendung. Ich hätte gerne noch mit Ihnen über Ihre Klage gegenüber die Vereinigten Staaten gesprochen. Sie sagen, die USA hätte im Prinzip bombardieren müssen die Wege nach Auschwitz. Und dieses müssen wir uns aufheben für ein nächstes Mal. Vielleicht wird es dann ja etwas entschieden. Ich danke für Ihre Schilderungen der Vergangenheit. Ich danke für die Ansichten über die Gegenwart. Viele mögen damit nicht übereinstimmen, aber es ist ein eigener Punkt, den Sie heute hier gemacht haben. Und dafür bin ich dankbar. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich komme gerne wieder. Kurt Julius Kolscher, ja, ich bitte darum. Vielen herzlichen Dank. Das war es für heute. Morgen gibt es wieder eine Sendung. Daniel Kohn-Bendit kommt dann zu uns mit Friedbert Pflüger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.